Es knistert zwischen euch, aber der letzte Funke will einfach nicht überspringen. Ich verrate dir, was du zu ihm sagen kannst, was seine Leidenschaft wecken wird, beziehungsweise was ihn noch mehr Hunger auf dich bekommen lässt. Mein Name ist Manuel Albert. Seit gefühlten Ewigkeiten über 20 Jahren arbeite ich als Beziehungscoach, als Date-Doktor und helfe Menschen in Beziehung. Helfe Menschen eben auch aus der Dating-Phase dorthin zu kommen, wo es richtig gut läuft, wo die beiden sich miteinander gut verstehen. Mit einem ganzen Team von Psychologen und Coaches arbeite ich, die alle als Manuel Albert beziehungsweise Coach ausgebildet sind. Und dazu gehört neben Ex-Rück-Friendzone eben auch, was kann ich tun, damit beim anderen das Herz noch weiter aufgeht. Und deswegen, mit welchen Sätzen kannst du im Kopf verdrehen, darum geht es in diesem Video. Und am Ende des Videos, ganz, ganz wichtig, habe ich den Tipp, wie du die richtig verwendest. Weil nur der Satz alleine hilft natürlich nicht. Es ist immer ein bisschen mehr, denn es geht ja um deinen Traumtypen, es geht um einen Typen, der gut ist, der spannend ist. Und es geht um dich. Ihr seid beide toll und deswegen muss das auch sitzen und passen. Na, ihr hattet wahrscheinlich schon einige Dates, vielleicht seid ihr euch schon näher gekommen, vielleicht noch nicht. Auf jeden Fall hast du ihm vielleicht auch schon Komplimente gemacht. Hoffentlich hat er auch dir ein paar Komplimente gemacht. Und du merkst, es hängt irgendwie so ein bisschen im Zwischenreich. Irgendwie fehlt da noch ein Kniff, vielleicht noch so ein weiterer Moment, damit es wieder weitergeht oder nicht stecken bleibt. Und wie häufig erlebe ich dann, wie leider Schwachsinn gelabert wird oder mit noch mehr Komplimenten weitergemacht wird oder ständig erzählt wird. Also ich wäre bereit für eine Beziehung, also ich hätte Zeit. Nein, hör damit auf, mach sowas nicht. Wir müssen Dinge sagen, die auch ankommen und wie gesagt am Ende, was noch außenrum wichtig ist. Bevor ich zu den drei Sätzen komme, möchte ich auch sagen, es gibt übrigens unglaublich viele Typen. Manche stehen auf ganz lieb, die meisten brauchen es ein bisschen wärmer. Aber es gibt auch diese Superjäger, die sogar auf Ablehnung stehen. Bei dem einen werden wir also liebe Sachen sagen, bei dem anderen vielleicht sowas wie verpiss dich. Und dann geht bei ihm plötzlich das Herz auf. Hier in diesem Video möchte ich dir drei Sätze geben, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr viele Männer erreichen. Und vor allen Dingen achte am Ende darauf, wie man sie richtig verwendet. Und weil das ist der Moment, wo der Satz, der an sich schon ein tolles Potenzial hat, er erst so richtig tief geht. Wir fangen gleich mit dem ersten an und danach immer die Erklärung, warum der auch wirkt. Ich mag es, wenn mich jemand so und so berührt oder das und das macht. Es gibt ihn auch in einer anderen Variante. Ich stehe leider total drauf, wenn ein Typ zum Beispiel mir, habe ich schon selbst gehört, den Rücken zudreht. Oder mich dort und dort massiert oder das und das macht. Diese Sätze sind erstmal natürlich ganz klar. Diese Sätze sagen erstmal ganz klar, dass du jemand bist, der weiß, was er will. Und zweitens, Männer brauchen häufig Anleitungen. Wie häufig? Denkt sich ein Mann. Hätte ich es doch nur gewusst. Warum hat sie nichts gesagt? Weil wir teilweise einfach ein bisschen mehr auf Zahlen, Daten, Technik etc. orientiert sind. und nicht immer so die empathischsten Typen sind, brauchen wir manchmal einfach so eine kleine Anleitung, eine kleine Anweisung. Das Schöne ist, es stärkt unser Selbstbewusstsein. Weil jetzt weiß ich, was ich tun muss bei dieser konkreten Frau. Sie macht, dass ich ihren Rücken zudrehe. Na gut, dann habe ich das gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Und das ist das Schöne. Wenn du dem Mann also sagst, wie er dich knacken kann, fühlt er sich selbstbewusst. Und das öffnet eben die Lust. Und wenn er selbstbewusst ist und merkt, dass das bei dir gut ankommt, kriegt der Rückenwind. Und genau das ist es, was wir vor allen Dingen für Zärtlichkeiten brauchen. Und deswegen als Typ, wenn wir ahnen, dass wir da so einen geheimen Schlüssel von dir erfahren haben, dann wollen wir die noch ausprobieren. Übrigens, vielen Dank für das Like, wenn du dieses Video unterstützen möchtest, du hier Sachen mitnehmen kannst. Und natürlich immer Kanal abonnieren, Glock aktivieren, um keine Tipps wie diese zu verpassen. Denn wir bringen ständig neue Videos, die dir helfen, in eine noch glücklichere Beziehung zu kommen. Und hier kommt schon Nummer zwei. Kann es sein, dass du Frauen total verrückt machst oder total wuschig machst? Nimm ein Wort, was dir gefällt. Und jetzt kommt der zweite Satz hinterher. Ich kann mich in deiner Gegenwart nicht richtig konzentrieren. Der hier ist sehr schön, weil er dem Mann ein sehr spezielles Kompliment gibt. Es ist kein lautes Du-bist-toll-Kompliment, sondern es zeigt, dass du eben tatsächlich durch ihn so ein bisschen aus der Fassung gebracht wirst, ein bisschen wuschig gemacht wirst. Das heißt, er muss gar nichts machen. Er muss nur da sein. Und du gehst so ein bisschen auf ihn ab. Es stärkt sein Selbstbewusstsein. Das ist hier drin. Andere Frauen auch. Kann es sein, dass du andere Frauen ganz schön wuschig machst? Ich kann mich gerade gar nicht konzentrieren. Und zweitens gibt es so einen schönen Moment, weil er jetzt merkt, dass egal, was ihr gerade macht, keine Ahnung, ob du eine SMS geschrieben hast oder ob ihr gerade irgendwo lang gegangen seid oder zusammen einkaufen gegangen seid, was ich übrigens toll finde für Dates zusammen auch mal einzukaufen. Er merkt, dass du innen drin eigentlich ganz langsam das Brodeln anfängst, eigentlich reif wärst für Erotik, Lust, Küssen etc. Und genau das ist manchmal dieser Moment, den er braucht, um zu wissen, die Tür ist offen. Ich kann was machen. Wie häufig sagen mir Männer, und dann wusste ich nicht genau, konnte ich was machen, konnte ich nichts machen. Wenn die Frau sowas sagt, dann weiß er, ich kann. Außerdem ist jetzt gerade, wo du gerade so nah bei ihm bist, ist jetzt die Tür offen. Das heißt, hat er sich vielleicht auch überlegt, ob er das Date nur kurz macht oder ob er vielleicht noch was anderes machen muss etc. Nein, hier öffnet sich ja gerade so ein kleiner Garten Eden. Und natürlich ist es total verführerisch, dann zu sehen, stimmt das? Kann ich die wirklich so verrückt machen? Ich schaue mal, wie sie auf einen Kuss reagiert. Ich schaue mal, wie sie reagiert, wenn ich sie anfasse. Und ta-ta-ta-ta-ta, seine Lust geht gerade auf und euer Stern steigt gerade. Na, vorerst auf den dritten Satz. Ich auch, wir haben lange im Team nachgedacht und haben uns dann für diesen hier entschieden, weil plötzlich sind sonst mehrere eingefallen. Aber der hier ist nicht schlecht. Irgendwie ist es total schön. Wenn du mich umarmst. Irgendwie fühlt es sich total gut an, wenn du mich umarmst. Oder in anderen Varianten. Irgendwie fühlt es sich total gut an, wenn du mich berührst. Irgendwie fühlt es sich total schön an, von dir gestreichelt zu werden. Dieses irgendwie total schön ist eine ganz besondere Kombination. Ich nenne sie auch, ich habe hier einen Twist eingebaut. Das heißt, es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene Emotionen. Einerseits ist es total schön. Aber irgendwie bringe ich rein, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass es mich irgendwie tiefer berührt, als ich gedacht habe, kurz, ich bringe so ein zweites Element rein, so dass er sich auch nicht zu sicher ist. Also einerseits ist es total schön, aber irgendwie, und das gibt im Moment, eine besondere Magie. Und ich liebe es, wenn es dir gelingt, dass du etwas sagst, was so eine Magie reinbringt. Ja, das kann man auch machen, wenn du mit so einem Satz wie, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es jetzt gerade so schön ist, von dir berührt zu werden. Eigentlich war ich mit meinem Kopf gerade auf Date, spazieren gehen, ein bisschen sprechen, woanders hingehen. Und jetzt merke ich gerade, wie es sich total gut anfühlt, dich zu spüren. Das ist so ein Twist, weil ich war woanders und jetzt doch hier, und es ist unerwartet. Und das ist eben diese Magie, das Unerwartete, oder das Schöner als gedacht, oder irgendwie, und so weiter und so fort. Diese Formulierungen sorgen dafür, dass sein sexuelles Esswusstsein steigt, dass er weiß, dass das, was er macht, bei dir gut ankommt. Und es sorgt dafür, dass er noch mehr loslassen kann, sich jetzt zu bemühen, sondern einfach so sein kann, wie er ist. Und genau das ist etwas, was Lust steigert. Wenn ich nicht nachdenken muss, was ich tun muss, damit es ihr gefällt, sondern einfach so sein kann, wie ich bin, dann fliegen wir gemeinsam noch höher. Jetzt, ich habe dir versprochen, der Teaser zum Ende, du, dein Versprechen, natürlich Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen und auch um den Kanal zu supporten. All diese Videos machen wir nur, damit du, ihr, eben noch bessere, noch glückliche Beziehungen haben könnt. Auf geht's. Was ist jetzt das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass du diesen Satz oder diese Sätze hier immer, und achte mal kurz auf deine Körperhaltung, geh mal an eine aufrechte Körperhaltung, kann, dass du sie immer aus einem inneren Ort der Selbstbewusstheit, der Klarheit, der Leichtigkeit bringst. Nie klebrig, nicht ho, 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 oder bitte, 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 sondern eher so leicht zurückgelehnt. Leicht zurückgelehnt mit etwas Nettem nach vorne, da haben wir diesen Twist. Ich lehne mich zurück und sage, damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich das so gut anfühle oder ich fühle mich in einer Gegenwart irgendwie so wohl. Diese Sätze wirken erst so richtig, wenn du sie gelassen sagst. Kann es sein, dass du anderen Frauen ganz schön den Kopf verdrehst? Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren gerade hier in deiner Nähe. So, und während ich das sage, bin ich aber in mir. Das macht es erst so richtig reizvoll, auch wenn er ein bisschen Bindungsangst hat oder Angst hat, dass du ihm zu nahe kommst, wirst du genau durch dieses Innere in dir ruhen, diesen Punch bringen, dass er sich davon eben nicht bedrängt fühlt, sondern von dir mit hochgenommen wird, aufs nächste Level gehoben wird. Das ist das Coole. Zweitens, wenn du denen sagst, erwarte nicht, dass er direkt darauf reagiert. Ganz häufig muss er das erst mal verdauen, dass er gerade gehört hat, dass du im Grunde genommen die ganze Zeit schon so ein bisschen bereit wärst für ihn. Mach einfach mit dem, was er gerade macht, weiter. Auch wenn ihr im Bett seid und ihr seid schon dabei und ihr seid schon bei den Zärtlichkeiten. Lass das sacken. Vertraue darauf, dass die Sachen bei ihm ankommen und ihn tatsächlich tiefen öffnen und sein Stammhirn inspirieren, was jetzt gerade für Lust, Zärtlichkeit etc. ja zuständig ist. Eventuell ist es sogar für ihn ein klitzekleiner Schock, dass er es geschafft hat, dich so zu öffnen, dich so zu erreichen. Falls du an dieser Stelle irgendwelche Fragen hast, komm einfach zu uns, Coaching. Wir helfen dir natürlich auf jeden Fall, wie du ihn noch tiefer öffnest und wie du mit ihm, weil jeder Mensch ist ja ein bisschen anders, wie du mit ihm, ganz individuell, ganz spezifisch für ihn, welche Sachen da zu beachten musst, wie du ihn noch tiefer öffnen kannst. datdoktormalen.de slash Buchung. Wir sind jederzeit für dich da und du wärst nicht die Erste, der dir geholfen hätten, dass daraus eine noch schönere Beziehung wird und er noch tiefer einsteigt. Hier und jetzt alles Gute und gerne das Video weiterleiten, wenn du weißt, es gibt welche, die manchmal so ein bisschen Sachen sagen, wo die Typen vielleicht eher wegrennen. Passiert und deswegen auch dieses Video, was übrigens aufgrund von einer Frage von euch gemacht worden ist, hier so würde man mit Sätzen ihn dazu führen, dass er mehr Lust auf dich hat. Viel Erfolg.